Altach ist für mich einfach Heimat. Dass ich da einen Teil von der ganzen Entwicklung habe, das macht mich auf der einen Seite sehr stolz und dankbar und einfach auch froh, dass ich solche Erinnerungen mit dem SCA Altach ein Lärm habe. Das sind einige Momente, einige Spiele, die mir in sehr positiver Erinnerung blieben. Da gehören natürlich die Europa-League-Spiele dazu, ganz klar. Der Aufstieg. Das Spiel gegen Rapid, wo man seit Langem dem wieder mal einen Doppelpack gelungen ist. Speziell mit dem letzten Spiel natürlich ein wunderschöner Abschluss. Und ich denke, so kann ich es dann noch endgültig sein lassen. Es war schön und wir haben gemeinsam etwas erreicht. Und ich wechsle jetzt vom Spieler auf den Platz zum Fan auf der Tribüne. Musik Musik